E.W. Heine Telefonseelsorge In jeder größeren Stadt gibt es heutzutage eine Telefonseelsorge. Sicher eine gute Einrichtung, aber wir von uns will schon mit einem Pfarrer sprechen, wenn er Probleme hat. Ich meine richtige Probleme. Bibelsprüche, wem helfen die? Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir einen privaten Notdienst gegründet. Vielleicht finden Sie meine Telefonnummer auch in Ihrer Tageszeitung. SOS Telefonfürsorge Sie brauchen einen Menschen? Rufen Sie uns an. 1 1 1 0 1 1 Wir arbeiten ehrenamtlich rund um die Uhr. Sie werden jetzt vielleicht fragen, warum geht eine junge Frau wie ich, die tagsüber einen anstrengenden Beruf ausübt, freiwillig und ohne Bezahlung zur Telefonfürsorge. Die meisten von uns sind selber durch die Hölle gegangen, so wie meine Freundin Brigitte, die ich gerade abgelöst habe. Ihr Sohn ist an Blutkrebs gestorben und auch ich habe meine Gründe. Ich habe zwei Selbstmordversuche hinter mir. Ich habe meinen Mann verloren. Boris war der einzige Mensch, den ich je geliebt habe. Ich bin im Waisenhaus groß geworden. Liebe war für mich nur ein Wort, bis ich ihm begegnet bin. Noch heute, nach drei Jahren, meine ich manchmal, dass ich das alles nur geträumt habe. Es war zu schön, um wahr zu sein. Das Telefon schält, eine Männerstimme, abgehackte Satzfetzen. Sie hat mich verlassen. Sie hat unser Baby mitgenommen. Ich kann ohne sie nicht leben. Ich habe den Gasherd aufgedreht. Alles ist aus. Ich will nicht mehr leben. Ich habe Angst vorm Sterben. Bitte bleiben Sie am Apparat, bis alles vorbei ist. Ich brauche einen Menschen, mit dem ich sprechen kann. Aus Erfahrung weiß ich, die meisten Anrufer sind einsam und verzweifelt. Aber sie befinden sich nicht in Lebensgefahr. Sie suchen einen Strohhalm, an den sie sich klammern können. Sie drohen damit, sich umzubringen, um ihrem Anruf Gewicht zu verleihen, damit man ihnen zuhört. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Haben Sie schon öfter Streit mit ihr gehabt? Übrigens, ich heiße Susanne. Wenn Sie wollen, können Sie mich Susi nennen. Wie heißen Sie? Christian. Warum sind Sie so sicher, Christian, dass Ihre Frau nicht zu Ihnen zurückkehren wird? Hat sie Sie schon früher einmal verlassen? Vielleicht ist sie nur zu Ihrer Mutter gefahren. Viele Ehefrauen tun das nach einem Streit. Aber nicht Elli. Sie hat keine Mutter mehr. Sie hat überhaupt keinen Menschen, zu dem sie gehen könnte. Sie hat mir immer gedroht. Wenn du mich jemals betrügst, dann verlasse ich dich. Haben Sie sie denn betrogen? Ja. Ich meine nicht wirklich. Ich habe mit einem Mädchen geschlafen, einer Sekretärin in meiner Firma. Nur so, nichts Ernstes. Ich weiß nicht, warum ich Ihnen das alles erzähle. Sie haben sicher Wichtigeres zu tun. Ich glaube, ich lege besser auf. Nein, bleiben Sie. Ich habe Zeit. Es ist im Augenblick ziemlich ruhig hier. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Oder von Ihrem Baby. Wie alt ist es? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Selbstmordkandidaten darf man nicht aus dem Griff lassen, wenn man einmal ihre Aufmerksamkeit gewonnen hat. Man muss pausenlos mit ihnen reden, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Es ist ein Junge. Elf Monate. Sieht er seiner Mutter ähnlich oder ihn? Beschreiben Sie ihn mir. Ich kann nicht. Meine Augen tränen. Ich sehe alles ganz verschwommen. Mir ist ganz schwindelig. Ich glaube... Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Was haben Sie gesagt, Susi? Erzählen Sie mir von Ihrem Baby. Ich kann nicht. Christian, Sie sollten sich das Ganze noch einmal überlegen. Ihr Sohn braucht Sie. Und ich bin sicher, Ihre Frau auch. Wenn Sie ein paar Tage abwarten, werden Sie sehen, dass ich recht habe. Sie wird zu Ihnen zurückkehren. Sie sagen selber, sie hat keinen Menschen außer Ihnen. Sie kommt zurück. Wollen wir wetten? Christian, Sie machen einen großen Fehler. Schweigen. Ich... Ich habe Ihnen nicht alles erzählt. Wir hatten Streit. Ich habe Sie geschlagen. Ich war so wütend, dass ich nicht mal wusste, was ich tat. Ich habe Sie verprügelt. Es kracht in der Leitung. Der Hörer ist ihm aus der Hand gefallen. Ist er ohnmächtig geworden? Christian, sind Sie noch da? Können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie. Er lallt. Seine Worte sind kaum zu verstehen. Da war jemand an der Tür. Wahrscheinlich meine Nachbarin. Sie wird wohl das Gas gerochen haben. Bestimmt ruft sie jetzt die Polizei oder sie holt Hilfe aus dem Haus. Ich habe nicht viel mehr Zeit. Ich muss mich beeilen. Es klickt in der Leitung. Hallo. Christian, hallo. Er hat aufgehängt. Vielleicht ist er tot. Vielleicht haben Sie seine Tür aufgebrochen und ihn überwältigt. Vielleicht hat sein Lebenswille gesiegt. Und er ist mit letzter Kraft zum Fenster getaumelt. Die meisten Selbstmörder suchen nicht wirklich den Tod, sondern einen Ausweg aus ihrer Not. Selbst die, die ins Wasser gehen, schwimmen bis zuletzt. Das Telefon schält. Wo Sie? Ich habe den Haupthahn zugedreht. Mir ist so übel. Alles dreht sich im Kreis. Ich bin wie betrunken. Wo ist das Fenster? Ich brauche Luft. Mir ist so schlecht. Ruhig, Christian. Bleiben Sie ruhig. Versuchen Sie, einen klaren Kopf zu behalten. Rauchen Sie? Ja. Dann stecken Sie sich erstmal eine Zigarette an. Gute Idee. Ich warte auf die Explosion. Dann lege ich auf. Fast wäre er lebend davongekommen. Ich denke an Boris. Auch er hat mich mit einer Jüngeren betrogen. Geschlagen und verlassen. So wie dieser Christian. Männer. Ich hasse sie alle. Die Telefonfürsorge ist eine gute Bastion, um dieses Ungeziefer auszurotten. Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Das Telefon schält schon wieder.